So, guten Morgen, cool Tag ist vorbei. Heute ist Tag 5 und wir fangen schon mal den ersten leichter Anstieg gleich auf. Wir haben uns einer Gruppe angeschlossen, die nennt sich Triebberg. Und wir sind da vorne. Wir sind hier genau noch. Also eine ziemlich große Gruppe. Heute 4,5 Stunden, flach und morgen geht es dann in die Berge. So, die Kaffeepause nähert sich dem Ende. Stefan ist blau. Blau? Jakob können wir nachher vielleicht blau erleben. Er hat es mir vorher schon erzählt. Ich darf ihn nachher filmen. Und Tim hat mir gesagt, er fährt mit dem Fahrrad hier heim. Ja, das war klar. Ja, wie toll. Ja, wie toll. Ja, wie toll. Ich glaube, das war so. Ich habe alles auch gern mit dem Flugzeug, wir haben uns alles gefahren. Outro 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 So, die heutige Tour stand vorbei, dadurch, dass wir mit denen schon losgefahren sind und heute der erste Tag noch am Ruhtag war, haben wir es jetzt zum Gleichübertrieben, vor allem weil auch morgen echt ein halter Tag werde wird, vor allem für die Jüngeren unter uns. Jetzt hatten wir 125 Kilometer, ziemlich flachgehalten, aber teilweise mit ordentlichem Wind. So, was wir heute ganz vergessen haben, sind unsere verschiedene Socken, Lauch, Stefan und ich sind im Lauchmodus, Mabo braucht keine Lauchsocke, weil da ist Lauch, das heißt Schnittlauch mit seiner Figur und Stefan ist die rote Rüge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.